Guten Morgen Trader und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Einzelwerte Sektion der Formations Trader am Mittwoch, dem 16. Dezember 2015 und schön, dass sie wieder mit dabei sind und dass sie meine Wenigkeit nicht vergessen haben. Ich habe ja einige Tage Pause gemacht von den Videos, weil ich mir die Frage gestellt hatte, worauf legst du eigentlich deinen Fokus, also ich meinen Fokus im Jahr 2016? Und es war die Frage, ob wir unser Mentoring-Angebot erweitern möchten, denn unsere Seminare sind zuletzt immer relativ schnell ausgebucht und ich kann Ihnen die Frage mit einem ganz klaren Nein beantworten. Ich möchte mich auch im nächsten Jahr auf mein eigenes Trading konzentrieren, ich möchte mich auf meine Firma konzentrieren. Ich habe noch eine Firma, die ein Produkt, ein richtiges Produkt herstellt und das verkauft und ich finde, es ist genügend Mentoring, was wir im Moment anbieten und deswegen, es war nämlich die Frage von einigen potenziellen Absolventen, es wird das nächste Seminar der Formations Trader, das reguläre Mentor-Programm gibt es erst im Juni 2016. Die anderen Seminare, die wir anbieten, sind ausgebucht und wenn Sie sich dafür interessieren, im Juni können Sie sich jetzt einen Frühbucherbarabatt sichern. Wenn Sie sich eher fürs Daytrading interessieren, das ist das einzige, was ich Ihnen aktuell anbieten kann, mit Giovanni Cicciveli veranstalten wir ja die Berlin Trading Days, darauf freue ich mich ganz besonders, nach meinem Dafürhalten mit dem besten deutschsprachigen Daytrader zusammen, fünftägiges Seminar anzubieten. Da haben wir noch zwei Restplätze, das heißt, es gibt nur noch ein paar Tage Frühbucherrabatt, aber es gibt auch nur noch zwei freie Plätze, dass wenn Sie sich dafür interessieren, was den DAX angeht und kommen wir zum Wesentlichen. Das letzte Video, das ich gemacht habe, war hier gewesen und da hatten wir gesagt, okay, wir haben eine Kite-Formation bärisch aufgelöst, wir haben ganz schön viel Volumen hier auf dieser bärischen Seite gesehen, wir sind wieder unter die 200 und durch die 20-Tage-Linie gefallen und deswegen ist eine Pullback-Bewegung, das war die Überschrift auch der Ausgabe, Pullback beim DAX nun deutlich wahrscheinlicher und das ist auch eingetreten. Ich hätte Ihnen aber auch gesagt, da waren wir ziemlich genau hier an dieser horizontalen Unterstützung, ich hätte Ihnen gesagt, also von hier aus im Bereich von 10.650 Short zu gehen, passt zum Chancen-Risiko-Verhältnis nicht, aber wenn der Markt ein Pullback macht in Richtung 11.000, in Richtung horizontale Marke, in Richtung 20-Tage-Linie, möglicherweise ein bisschen darüber hinaus 200-Tage-Linie, dann wird es interessant und wir sehen diese bärische Bewegung in Ordnung. Ich hatte Ihnen aber auch nicht gesagt, der wird definitiv hier hinkommen, sondern ich hatte Ihnen gesagt, von 11.000 ist dann die erste Zone, Lücke zu, im Bereich von 10.5, wo der DAX hinlaufen könnte, zweite Zone ist die Nacken-Linie des Doppelbodens, die Zone um die 10.200, das hatte ich auch erwartet, dass der Markt hier Halt machen würde, aber spätestens im Bereich der 61,8% Detracement-Markt und ich habe extra diese Linien, die ich damals für Sie eingezeichnet hatte, nach wie vor stehen lassen, wäre wieder mit Stärke der Bullen zu rechnen. Wir bekommen die 61,8% Detracement und jetzt kommen die Bullen wieder in den Markt und sehr eindrucksvoll, gestern mit plus 3%, aber wenn wir uns den Tageschart anschauen, den Tageschart, im Moment keine Stärke in der Stochastik und keine Stärke im Momentum. Die Frage ist also, schaffen es denn die Bullen eine Fortsetzung zu machen, eine Kaufformation zu generieren, ja oder nein? Selbstverständlich, heute, FED-Entscheidung, die meisten Marktteilnehmer rechnen mit einer Zinsanhebung, das wird also wahrscheinlich nicht die entscheidende Information sein, sondern die entscheidende Information wird eher sein, was passiert bei der Pressekonferenz, was wird Frau Jelen sagen? Selbst wenn sie jetzt die schriftliche Ankündigung rausbringen, wir heben die Zinsen nicht an und der Markt würde zum Beispiel nach oben gehen und dann kommt die Pressekonferenz, ich spinne jetzt, ah im Januar werden wir anheben und im Februar und im Dezember jeweils 0,25 Punkte, was die niemals machen werden. Dann würde natürlich der Markt sehr heftig darauf reagieren. Bedeutet also, die Pressekonferenz ist fast wichtiger als das, was wir dann eine halbe Stunde vorher durch die schriftliche Mitteilung hören werden. Und deswegen ist auch das, was wir miteinander besprechen können, mit reduzierter Aussagekraft. Müssen abwarten. A, was die FED sagt und B, wie der Markt auf die FED reagiert. Wenn man sich vorher positioniert, dann muss man wissen, dass man zusätzlich zu der Unsicherheit, die man ohnehin beim Traden hat, auch noch die Unsicherheit einer Frau Jelen hat, die natürlich die Kraft hat, den Markt in die eine oder andere Richtung zu schicken. Aufgrund dieser Pullbackbewegung, die wir gesehen haben, haben wir jetzt auch geschafft, in Anführungszeichen die eine oder andere offene Kurslücke zu schließen. Ich will nur noch mal Sie daran erinnern, dass wir aber auch noch hier unten die eine oder andere offene Kurslücke haben. Es sind nicht alle zugegangen, seitdem wir hier das Jahrestief generiert hatten. Denn wir haben hier noch eine offene Lücke zwischen 9,5 und 9,6 und wir haben noch eine zweite Lücke zwischen 9,9 und 9,69. Und gestern haben wir aber auch eine ordentliche Lücke aufgerissen, eine neue von immerhin 100 ein paar Punkte, 150 Punkte. Offene Lücken müssen nicht alle geschlossen werden. Aber es ist etwas worauf wir achten müssen, in dem Zusammenhang, ich zeige es Ihnen jetzt nicht nochmal, wir haben noch offene Lücken aus dem Jahr 2011 und 2008. Nur weil man denkt, es müssten immer alle Lücken in einem Index zugemacht werden. Nur nochmal sich klar machen, hier gibt es Lücken. Was man definitiv sagen kann und definitiv sagen muss, Und wir lassen jetzt die FED ganz bewusst weg. Wenn ein Markt, und das ist eine Aussage aus edukativer Sicht, die Sie sich merken können für eigenes Trading. Wenn ein Markt ein Pullback macht, und lassen Sie mich mal hier von diesem bärischen Keil einmal loswerden, den brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Wenn ein Markt ein Pullback macht und dieser Pullback läuft unter die 50%, also an die 61,8%, dann ist es unwahrscheinlich, dass mit der nächsten Bewegung, das heißt einfach eine Bewegung nicht trennt, also höheres Hoch, höheres Hoch, höheres Hoch, höheres Hoch, dass mit der nächsten Bewegung der Markt sofort ein höheres Hoch macht. Dass wir also in 5, 6, 7, 8 Tagen über das Hoch vom Dezember hochgehen. Das ist, wenn der Markt an die 61 geht. Wann immer er 38 bis 50% anläuft, besteht die Möglichkeit mit der nächsten Bewegung, das höhere Hoch zu machen. Wenn die 61 angelaufen wird, ist es immer noch möglich, Achtung, nach einer sogenannten Hauptbewegung, eine mögliche Nebenbewegung zu bilden. Verzeihen Sie bitte. Und mit Nebenbewegung meine ich zum Beispiel noch mal hoch, noch mal ein bisschen tiefer vielleicht, noch mal hoch. Und ich hier irgendeine Nebenbewegung, einen Wimpel, eine Flagge, seitwärts Konsolidierung, um dann im Anschluss das höhere Hoch zu machen. Fallen wir unter die 61,8%, dann ist es auch dann noch unwahrscheinlicher, dass nach der Nebenbewegung sofort ein höheres Hoch erreicht wird. Der langen Rede kurzer Sinn. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass wir an die 61,8% Tracement-Marke herangelaufen sind, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass wir mit viel Volumen hier am Dezember hoch gescheitert sind, ist es eher unwahrscheinlich, rein technisch gesprochen, wir wissen nicht, was Frau Yellen vorhat, falls die Bullen hier eine Fortsetzung machen wollen, dass sie sofort, mir nicht sehen, durch alle diese Widerstände durchgehen werden. Wir wissen nicht, was Frau Yellen uns sagt. Wir wissen es nicht. Wir sprechen hier gerade nur über das rein Technische. Erstens. Das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist, wenn man sich die Saisonalität anguckt, ist das, was hier passiert ist, so in den ersten, man sagt so anderthalb Wochen, vielleicht zwei Wochen des Dezember, relativ normal. Die Jahresendrallye beginnt normalerweise so ab der dritten Woche. Das heißt, so von der Saisonalität, da passt das alles. Und normalerweise nochmal von der Saisonalität wird so die zweite, dritte, vierte Januar Woche nochmal schwach. Anfang Januar ist der Markt normalerweise etwas stärker und da kommt nochmal Schwäche. Der langen Rede. Leute, wir brauchen hier eine ganz klare Formation, bevor wir sagen können, wohin der Markt gehen möchte. Wenn er denn bullish werden wird, die Wahrscheinlichkeit, dass er hier durchrauscht, ist im Moment eher gering. Wir haben auf der einen Seite jetzt relativ viel Widerstände aufgebaut, im Bereich von 10.700 und auf der anderen Seite haben wir hier Unterstützung im Bereich von 10.100 bis 10.000. Wer hier gewinnen wird, ist im Moment schwierig zu sagen. Wenn wir einen kurzen Blick in die kleinere Zeiteinheit werfen, wir haben ganz kurzfristig Widerstände über den 10-Minuten-Chart auf dem Weg nach oben, beginnend bei 10.520. Horizontale Unterstützung, Unterstützung durchgerauscht, dazu eine fallende Linie. Über den Stunden-Chart ist der Widerstand bei 10.590 Punkten. Das ist das, was der DAX jetzt über den Stunden-Chart anlaufen würde und dann die nächste Widerstandszone ist bei 10.700. auch eine horizontale und die Haupttrend begrenzende Linie, seitdem der DAX dieses Hoch im Dezember gebildet hat oder Ende November gebildet hat, das verläuft bei 10.900 Punkten. Das zum DAX. Selbst ganz kurz nochmal, bevor ich in die Pause gegangen bin, hatte ich Ihnen ein paar Werte gezeigt und gesagt, ja, warum sollte der Markt nicht einen Pullback machen? Zum Beispiel SAP, eine sehr starke bullische Bewegung, macht jetzt einen Pullback und wenn man sich das nochmal einmal auf Wochenchart-Basis anschaut, da sieht man, das ist zum einen ein Kanal, der bullisch aufgelöst worden ist, plus der Markt hat hier auf die 70 aufgesetzt, das war auch die Marke, die ich ihn genannt hatte, horizontal, plus Trendkanallinie und macht jetzt hier von dieser potenziellen Unterstützung das höhere hoch. Wenn man das hier tradet, hat man eine deutlich niedrigere Wahrscheinlichkeit, dass man einen erfolgreichen Trade in Richtung 80 Euro traden kann, weil man vor den Nachrichten tradet und einfach nur eine Kerze als Bestätigung hat. Wenn man aber wartet, dass der Markt hier eine klare Nebenbewegung bildet, vielleicht sogar noch ein bisschen runterkommt und zum Beispiel vielleicht einen Keil bildet oder was auch immer und dann einen Ausbruch aus der Nebenbewegung gibt, dann kommt man später in den Markt hinein, hat aber eine höhere Wahrscheinlichkeit. Sie müssen für sich selbst entscheiden, welcher Typ Tater Sie sind. Ich persönlich möchte jetzt vor der FED nicht mein Risiko oder FED-Fertentscheidung mein Risiko so unglaublich vergrößern und das gleiche gilt auch zum Beispiel hatte ich Ihnen ebenfalls gezeigt, das waren die gleichen Werte bevor ich in die Pause gegangen bin. Ich hatte Ihnen auch Hannover Rück gezeigt und gesagt, guck mal, das ist auch eine bullische Seitwärtskonsolidierung und der Markt ist gelaufen, hat eine offene Lücke, warum sollte der nicht ein Pullback machen in Richtung entweder Lücke zu oder möglicherweise sogar an die Runde 100 Euro Marke Lücke zu und jetzt kommt wieder die Stärke in den Markt rein. Nochmals, wer das hier tradet, der muss sich bitte darüber im Klaren sein, es ist nur eine Kerze, der tradet vor der FED-Entscheidung und es kann auch sein, dass der Markt ein klitschko kleines bisschen das tiefere Tief macht und ihn dann abholt. Also müsste man zum Beispiel anfangen jetzt immer seinen Stopp, ach wo setze ich denn hin? Wenn man wartet, wenn man es erkennen kann, wenn man den Chart lesen kann, dann kann man auch darauf warten, dass es eine ganz klare Nebenbewegung gibt, Hauptbewegung, Nebenbewegung und dann gibt es eine Fortsetzung und dann kann man mit einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis, mit einem klaren Konzept, wo man seinen Stop-Loss platziert, welche Zielzone möglich ist, weil man das nämlich aus dieser Haupt- und Nebenbewegung ablesen kann, dann kann man wiederum prozyklisch traden und davon bin ich persönlich ein großer Freund. Mit diesen beiden Werten im DAX will ich jetzt einmal stehen lassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, denken Sie dran, Berlin Trading Days, wir haben noch zwei freie Plätze, sichern Sie sich diese Plätze, wenn Sie sich dafür interessieren und natürlich wird nachher Silvio für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. Heute Abend schauen wir auf die Rohstoffe und am späten Abend kommt Tom raus mit seinen wunderbaren, großartigen Ausgaben zu den Devisenmärkten auf unserer Homepage und das möchte ich nochmal betonen. Tom hat das Trading von der Pike auf bei den Formationstradern gelernt und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass er mittlerweile ein Teil unseres Teams ist, lesen Sie sich seine Beiträge durch, großartig wie der Mann seine Trades umsetzt. Ich danke Ihnen und was habe ich vergessen? Ach na klar, mein Name ist Hamid Esnashari und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.